Was ist denn hier passiert? Sind hier ein paar Zitronengummibärchen vor Trauer zerflossen, weil alle immer nur die roten essen wollen? Ne, so ganz ist es nicht so. Hier haben wir einen Winterpilz, nämlich den goldgelben Zitterling, der parasitiert auf anderen Pilzen, die wiederum tote Äste zersetzen. Der goldgelbe Zitterling ist an und für sich essbar, schmeckt nach gar nichts, löst sich auch im Essen komplett auf, so in Suppen oder sowas. Aber er wird in Studien untersucht wegen seiner Polysaccharide, die vielleicht so immunmodulierend sein könnten und vieles, vieles mehr könnten. Also sehr, sehr spannende Pilze, eben so gummitierartig von der Konsistenz her, so ein bisschen lappig irgendwie. Und ja, nur bei Feuchtigkeit zu sehen, wenn es trocken ist, dann trocknen die ein und warten, bis es wieder regnet und dann werden sie wieder so feuchte Teile hier, so traurige Gummibärchen eben.